Heute ist Dienstag, der 27. Februar 1979. Karnevalsdienstag. Los! Aussteigen Sie, aussteigen! Steigen Sie aus! Los, los! Schneller, los! Los, schneller, schneller, schneller! Ich werde hier gefangen gehalten. Im Namen des Volkes und zu wohl desselben. Wir müssen irgendwie ein Fanal sitzen. Was ist ein Fanal? Etwas Erregendes, etwas Aufwühlendes. Ich habe gedacht, wir jagen ein bedeutendes Bauwerk in die Luft. Hast du schön komponiert heute? Es geht, und du? Wieder Menschen gejagt heute? Vielleicht mal wieder einen auf der Flucht erschossen? Edgar, nicht doch. Is. Übrigens, wie war Ihr Aufenthalt in Afrika? Wie man es nimmt. Auf alle Fälle war ich erfolgreich. Tatsächlich? Ich kann es auf jeden beliebigen Punkt zielen und treffe sogar. Guten Schützen können wir sehr gut gebrauchen. Außer mir kann in der ganzen Gruppe keiner schießen. Zudem hat es in Deutschland in letzter Zeit absolut keine neuen Terroraktionen gegeben. Wenn ich das Leben verliere, werde ich alles das verlieren. Keine Verkaufsargumente also. Die Situation ist eben nicht mehr so günstig wie in den letzten Jahren. Hier, Susanne, ich habe nicht viel Zeit, mehr so viel Welt, als viele und Vorstellungen verstanden. Das ist ein Überfall! Halten Sie sich ruhig! Was bin das satirisch-groteske Vision des Terrorismus der Dilettanten? Ein Terrorismus ohne jede politische und soziale Utopie. Sie wissen nicht mehr, was, warum und wofür Sie es tun. Die dritte Generation. Dieser Schobmauer sagt, die Existenz eines Menschen ist nicht wichtiger als die eines Steines. Alles ist im Betrug, Franz. Der August, der Lurz. Du, wenn du weitergehst, sie werden dich verhaften. Ich hatte da neulich einen Traum. Da hat das Kapital den Terrorismus erfunden, um den Staat zu zwingen, es besser zu schützen. Ist ja komisch, nicht? Franz, hörst du nicht? Die werden dich verhaften. Wenn du weitergehst, knall ich dich ab! Lass mich in Ruhe. Die dritte Generation ist eine konsequente Weiterentwicklung von Fassbenders Beitrag zu Deutschland im Herbst. Ein sarkastischer und provozierender Film, der Schlagzeilen machen wird. Die dritte Generation. In Kürze hier.